Ich bin Martin Peterseil, komme aus der Gemeinde Katzdörf und bin in meiner Heimatgemeinde der Amtsleiter und Standesbeamter. Die Kade hat einen besonderen Stellenwert in Katzdörf. Sie wurde in der Textilverarbeitung eingesetzt und früher war die erste Kade-Genossenschaft mit Sitz in Lungitz. Und daher hat sie neben dem Patriarchenkreuz auch den Platz auf dem Katzdorfer Wappen gefunden. Das haben wir auch da hinten aufgelenkt. Und ich als Amtsleiter bzw. Standesbeamter verwende die Kade eigentlich hauptsächlich, weil sie ja im Wappen drinnen ist und somit auch im Siegel. Und dort tue ich natürlich Urkunden beurkunden und verschiedenste Bescheide damit abstempeln. Untertitelung des ZDF, 2020